Willkommen auf dem Kanal, die richtige Wahl. In diesem Video werde ich über den Sony KE55XH90P Fernseher sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's! Bildschirm. Detailreiche Bilder, besserer Kontrast. Sehen Sie Filme so, wie sie vom Regisseur gedacht sind. Unser leistungsfähiger Prozessor sorgt für verbesserte Kontraste und damit für mehr Details in jeder einzelnen Szene. Genießen Sie die Präzision von naturgetreuem Kontrast. Entdecken Sie, wie lebensecht Bilder wirken, wenn sie mit allen Details wiedergegeben werden. Full Array LED erzeugt realistischere Kontraste durch unabhängig beleuchtete LED-Zonen, die Lichter heller und Schattenbereiche dunkler wiedergeben. Extended Dynamic Range verbessert den Kontrast zusätzlich, indem die Helligkeit so angepasst wird, dass hellere Werte für Lichter und tieferes Schwarz für Schattenbereiche erreicht werden. Object Based HDR Remaster. Anders als bei vielen anderen Fernsehern, bei denen der Kontrast anhand einer Kurve von Schwarz zu Weiß angepasst wird, werden die einzelnen Objekte mithilfe von Object Based HDR Remaster analysiert und der Kontrast angepasst. Dadurch gibt dieser Fernseher mehr Farbtiefe, Texturen und realistischere Bilder wieder. Überragende Auflösung für alle Inhalte. 4K HDR Prozessor X1 sorgt für eindrucksvolle Bilder in 4K 1 mit lebensechten Details und Texturen. Bilder, die in 2K und sogar Full HD aufgenommen wurden, werden mit 4K X-Reality Pro mit einzigartiger 4K Datenbank für 4K Auflösung optimiert. Größere und präzisere Bandbreite bei der Farbwiedergabe. Durch Ausweitung des Farbspektrums gibt Tree Luminous mit unseren X1 Prozessoren mehr Farben als ein herkömmlicher Fernseher wieder. Er analysiert und verarbeitet Daten in jedem Bild, um Farben noch natürlicher und präziser aussehen zu lassen. So werden die Bilder lebensechter als je zuvor. Flüssige Bilder ohne Helligkeitsverlust auch bei actionreichen Szenen. Auf einigen Bildschirmen werden Sport und schnelle Action Szenen verschwommen dargestellt. Unsere neueste X-Motion Clarity Technologie sorgt für eine flüssige, helle und scharfe Darstellung. Jeder Augenblick wird individuell gesteuert, wobei seine Dauer optimiert und die Helligkeit bei Bedarf erhöht wird, damit Ihnen nichts entgeht. Verwandeln Sie Ihr Fernseherlebnis mit Dolby Vision. Erwecken Sie Szenen zum Leben mit faszinierenden Highlights, besatteren Schwarztönen und lebendigen Farben. Dolby Vision ist eine HDR-Lösung, die ein fesselndes Kinoerlebnis in Ihren vier Wänden bietet. Erleben Sie Inhalte wie vom Regisseur beabsichtigt. Die digitale Komprimierung bei der Darstellung von Filmen auf Fernsehern beeinträchtigt die Qualität. Mit einzigartigen Funktionen bleibt die Intention des Filmemachers unverfälscht erhalten, sodass Sie zu Hause Unterhaltung in Studioqualität genießen können. Unverfälschte kreative Leidenschaft. Mit der leistungsfähigen Kalman-Software von Portrait Display für die automatische Kalibrierung reduziert dieser Fernseher Farbvariation aus der Produktion. Dies ermöglicht eine hervorragende Kalibrierung und feinste Anpassungen, die mit konventionellen Einstellungen nicht möglich sind. Die getreue Farbwiedergabe entspricht genau dem originalen TV-Signal und passt sich an subtilste Farbänderungen im Zeitverlauf an. Dieser Fernseher ist Kalman-fähig, sodass Kunden von einer Software profitieren, die auch Kreative für Postproduktion und Qualitätskontrolle nutzen. Damit auch Verbraucher Bilder mit professioneller, genau kalibrierter Farbwiedergabe sehen. Entwurf. Schlanker Aluminiumrahmen. Dieser Fernseher lenkt nicht vom Wesentlichen ab, dem Bild. Minimalistisches Design ohne Ablenkung. Der schmale Aluminiumrahmen lenkt den Fokus auf den Bildschirm, um ein mitreißendes Erlebnis wie im Kino zu ermöglichen. Das schlanke Aluminiumgehäuse verleiht dem Fernsehgerät einen eleganten Look. Minimalistischer Metallstandfuß für ein harmonischeres Erscheinungsbild. Der dünne Metallstandfuß passt mit seinem minimalistischen Design ideal in modern eingerichtete Zimmer. Konnektivität. Ihre Lieblingsinhalte vom Smartphone ganz groß. Genießen Sie Videos, Fotos, Spiele und viele andere Inhalte von Ihrem iOS oder Android-Geräten schnell und einfach auf dem großen Bildschirm. Das Fernsehgerät verfügt über einen optischen Audioausgang. So, können Sie den Ton von Ihrem Fernseher an Ihr Heimkinosystem übertragen, indem Sie die beiden Geräte einfach über ein optisches Kabel miteinander verbinden. Das Modell unterstützt 5 Gigahertz Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi und Bluetooth 4.2. Audio. Klang und Bild in perfekter Harmonie durch Hochton-Lautsprecher. Klangpositionierende Hochton-Lautsprecher sorgen dafür, dass der hochwertige Sound genau an der richtigen Stelle der Szene zu hören ist. Präzise auf das Bild abgestimmter Klang. Bei konventionellen Fernsehern mit Lautsprecher unter dem Bildschirm sind Klang und Bild oft nicht synchron. Bei Akustik Multi-Audio sorgen zwei klangpositionierende Lautsprecher an der Rückseite des Fernsehers dafür, dass der Klang der Action folgt, damit Sie ganz ins Geschehen eintauchen können. Erleben Sie hohe Klangqualität. Unser X-Balance Speaker wurde entwickelt, um die Klangqualität und das einzigartige schlanke Design des Fernsehers zu ergänzen und bei Filmen und Musik für klaren Klang zu sorgen. Mit Dolby Atmos sind Sie vom Sound umgeben. Tauchen Sie in den Klang ein, als ob Sie direkt dabei wären. Mit dem räumlichen Dolby Atmos Klang von den Seiten und von oben werden Objektbewegungen über ihn realistisch wiedergegeben. Für ein wirklich mehrdimensionales Erlebnis. Smart TV. Studioqualität mit Netflix Calibrated Mode. Dieser Modus wurde speziell für Netflix Originalproduktion entwickelt und gibt die Bildqualität der Studioproduktion auch auf einem Netflix Android TV wieder. Durch den Netflix Calibrated Mode bleiben kreative Visionen und Intentionen erhalten. Intelligentere Unterhaltung. Entdecken Sie mehr als 400.000 Filme und Serien an einem Ort. Steuern Sie Ihren Fernseher mit Ihrer Stimme und übertragen Sie mühelos Inhalte von Ihrem Smartphone auf den Fernseher. Unbegrenzte Unterhaltung. Mit Android TV stehen Filme, Serien, Musik, Spiele, Sport und mehr auf Abruf bereit. Nutzen Sie dafür einfach die Sprachsteuerung Ihres Bravia. Mit Chromecast Build-in können Sie auch mobile Apps auf Ihrem Fernseher anzeigen und über Google Assistant und die intelligenten Lautsprecher lassen sich Ihr Fernseher und smarte Geräte mit Ihrer Stimme steuern. Über 5000 Apps. Mehr als auf jedem anderen Smart TV. Der 4K Android TV von Sony bietet eine unschlagbare Vielfalt an Apps. Wählen Sie diejenigen aus, die mehr Spaß und Unterhaltung in Ihr Leben bringen. Warten gehört der Vergangenheit an. Apps lassen sich so schnell starten und wechseln, dass Warten der Vergangenheit angehört. Netflix startet dreimal schneller als zuvor. Studiequalität mit Netflix Calibrated Mode. Dieser Modus wurde speziell für Netflix Originalproduktion entwickelt und gibt die Bildqualität der Studieproduktion auch auf dem Fernseher wieder. Mit dem Netflix Calibrated Mode bleiben die kreative Vision und Intention erhalten. Auf Knopfdruck geht's los. Fernseher von Sony haben eine spezielle Netflix-Taste, über die Sie den Streamingdienst direkt starten können. Smart Home Geräte einfach steuern. Verwenden Sie die Spracherkennung, um Smart Home Geräte in Ihrem Zuhause zu steuern. Passen Sie die Beleuchtung an oder steuern Sie andere vernetzte Geräte. Einfache Steuerung mit intelligenter Fernbedienung. Schließen Sie Set-Top-Boxen per HDMI an und steuern Sie sie mit der intelligenten Fernbedienung. Das schlankere, abgerundete Design mit integriertem Mikrofon und die verbesserte Tastenordnung sorgen für eine leichte Bedienung. Kundenrezension. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Google Play und Netflix-Taste nicht programmierbar. Zu auffällig. Stromkabel sehr kurz. Viele werden eine Verlängerung brauchen. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Beste Full Array LED Bildqualität. 4K und 120Hz. HDMI 2.1. Sehr gut bei heller Umgebung nutzbar. Aufbau kinderleicht. Einrichtung kinderleicht. Tolle Bedienung durch Android TV. Schneller Prozessor, schnelle Bedienung. Verbindung zu anderen Geräten klappt sehr einfach. Soundbar, Bluetooth-Kopfhörer, PC, Notebook, Blu-ray-Player. Soundqualität ist für einen Flachbildschirm gut. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie in der Beschreibung unter dem Video Links zu den besten Preisen von diesem Produkt finden. Stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren und teilen Sie uns Ihre Meinung mit. Wenn Sie das Video nützlich fanden und es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine neuen Videos zu verpassen. Wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.